Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Portal Stories Mail. Wir sind immer noch hier. Müssen jetzt die beiden Schalter gleichzeitig aktivieren. Haben es geschafft und es hat ein klein wenig geleckt. Es tut mir leid. Das Tor öffnet sich, Leute. Also, langsam, aber es öffnet sich. Und wir können nach unten. Was ist das denn gerade? Was für ein Laser ist das denn bei der Portal Gun? So zwischendurch. Wenn ich da durch das Portal gegangen bin gerade. Na egal. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wenn wir die Stimme heute abkacken, Leute. Es tut mir leid. Ich hoffe, sie kackt nicht ab. Ich hoffe, ich kann den Part hier überstehen. Und genug reden, sag ich mal. Aber wenn nicht, nehmt es mir nicht übel. Ich habe gerade drei Stunden gestreamt. Und ich bin ein wenig erkältet. Deswegen könnte es halt möglicherweise vorkommen, dass ich zwischendurch mal ein bisschen huste. Und dass ich nicht so gut reden kann, sag ich mal. Da oben. Ah. Okay. Eigentlich habe ich gerade schon gewundert. Hä, wo muss ich das Portal hinschießen? Aber okay. Alles klar. Ja, also wie gesagt. Nehmt es mir nicht übel und wundert euch nicht. Ach so. Wow. Dahin und durch. Alles klar. Äh, es ist eine... Ja. Ja, klar. Glaube ich dir. Sofort. Okay. Muss ich runterspringen? Nee, oder? Nee. Safe nicht. Ich kann zoomen. Naja, genau. Hier kann ich kein Portal hinschießen. Ah, ja klar. Gut. Ich muss von hier aus runter. Okay. Alles klar. Muss ich sagen. Versuchen wir unser Glück. Haha. Nicht runterfallen. Okay, runterfallen. Ui. Äh, ist die halt fast durchgebrochen, glaube ich. Aber wir haben es geschafft. Erster Test ist überstanden. Erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, ich muss demnächst mal meine Funflasche wegbringen. Der Flash of Doom, Leute. Alter. Das könnte doch nicht mit mir machen, ey. Bravo, Volta. Okay. Hold on. Hold on. Fit, Test Track. Yes, fit. You'll need a portal device to get through. Äh, äh, äh. Äh, sorry. I meant a portable quantum tunneling device. Look. It's in your hands right now. Äh, the scientist did their job. You'll do fine. Okay, das ist Wasser, um das wahrscheinlich wieder umzufärben. Okay, wir brauchen blau zum Springen. Aber zum Jumpen wohin? Hier hoch? Ach, hier rauf. Ah, warte mal. Was macht das? Jetzt gibt mir ein Cube. Okay. Okay, und. Hup. Genau, blauer Jump. Genau. Orange war schnell machen, ne? Ich glaube schon. Orange war speeden. Ah. Kopf gestoßen. Schön. So, wo muss ich den jetzt hinbringen? Ah, ich kann da ein Portal machen. Alles klar. Okay, Moment. Ähm. Okay, da ist blau. Das ist blau Portal. Das heißt, ich mache hier... Ach, hier ist... Ah, da. Okay. Da mal eben das Orangene hin. Kommen wir jetzt hier durch. Wenn ich jetzt von da runterfallen würde. Warte mal, ich mach mal... Kann ich... Nee. Äh, ich leg den Cube mal ein bisschen zur Seite. Okay. Und... Mache einmal... Dort Orangen, dort Blau. Genau. Aber wenn ich jetzt von da aus jumpen würde... Was geht... Äh, da. Einmal kurz da hin. Ähm. Wenn ich da irgendwie... Warte mal, ich mach mal kurz blau da hin. Also, blaue Farbe. Einmal irgendwie hier alles voll machen. Da oben auch nochmal. Damit hier alles einmal voll blau ist. Warte mal höher, zuck. So. Wie hoch kann ich denn hier jumpen? Ach, Moment. Ah. Okay. Huh. Huh. Nein. Scheiße. Verdammt. Nach hinten. Nein. Nach vorne. Nein, nach hinten. Nein, warte. Oh, ah. Scheiße. Komme ich hier wieder irgendwie easy zurück? Ja, von da. Okay, gut. Zack, zack. Ah. Huh. Ah, Moment. Klar. Okay, Moment. Äh, so und... So. Irgendwie. Dann einmal hier... Reinjumpen und... Yes. Okay. Okay. Ich bleib für immer... Okay, für immer bleibt das so. Okay, alles klar. Ist gut zu wissen. Ich schaff das doch safe nicht, wenn ich hier runterjumpe. Da raufkomme. Wo muss der Cube eigentlich hin? Rimmer. Okay, das bringt mir auch nichts. Ha. Komme ich da mal rauf? Muss ich da mal rauf? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wo muss ich den Cube hinbringen? Ich versuch das jetzt einfach mal so. Höh. Es hat funktioniert. Okay. Ah, alles klar. Okay. Alles safe. Alles easy. Zupi. Zupi. Schön. Ah, das ist ja schon... Das ist ja, ey. Ich kann so. Ich habe mich dran. Das Tests ist jetzt auch... Ich habe mich schon sicher, die 50-reize Arbeit. Das ist so umhörbaru. Es ist doch nichtunig. Das ist doch nichtunig. Das ist schatzt. Ich will nichtunig? Das ist doch nichtunig. Das ist doch so. Das ist doch nichtunig. Das ist doch alles. Okay. Moment. Muss da irgendwie hoch? Nein! Glaub ich das? Nein, ich komm da nicht hoch, okay. Das heißt, ich muss den... Cube da irgendwie gegen... Achso, klar. Jetzt habe ich zwei Cubes. Genau. Einmal den. Nein! Okay. So. Jetzt kann ich den Cube mit nach hier oben nehmen. Ja, warte mal. Ah! Der muss hier rauf. Der muss... Ja! Ah! Na, ah, ah! So. Nee, 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 nee. Ich mach den. So, jetzt muss ich den Knopf drücken. Und stelle ich rauf! Ah! Ah! Sehr gut. Oh, nein! Warte mal. Es muss doch der hier rauf. Nein, warte mal. Äh. Ey, warte mal. Äh. Ich bin verwirrt. Wenn ich den da rauflege. Ich bin drücke. Achso, warte. So, drücke. Ich bin drücke. Ähm. Ach, warte. Kann ich jetzt... Ich kann den... Kann ich den nicht durchschießen? What? Okay, Leute, ich bin verwirrt gerade. Moment. Ähm. Was ich denn machen? Guck, ich muss kurz überlegen. Versuch den jetzt irgendwie zu zerstören. Scheiße, falsche Richtung. Fall mal da runter irgendwie. Ja, jetzt hätte ich das schon mal. Warte mal. Oh nein, ich muss ja einen damit hochkriegen, ne? Ich muss ja einen Würfel damit hochkriegen. Oh, ich hab ne Idee. Moment. Ich weiß nicht, jetzt welche. Okay. So, und... Achso, nicht richtig. So. Und so. Ja, bleib so. 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 Genau, wenn ich das jetzt so mache. Ah, Leute. Ich bin ein Intelligenzbestier. Hat auch gar nicht lang gedauert. Dass ich dieses Rätsel, diese Testkamera gelöst habe. Nein. Das war nur in eurer Fantasie, dass es so lange gedauert hat. Ich hab nicht den halben Partner mit verbracht. Nein. Nein. Haha. Geil. Aber geil. Schön. So, ich glaub. Ja, wenn ich mich bemühe, dann könnten wir den Test noch packen. Würde ich mal meinen. Okay. Okay, ich brauche... ...einen Würfel. So. Dann... ...orangene Farbe. Diese orangene Farbe brauche ich... ...hier überall verteilt. Nochmal ein bisschen mehr. ...hier überall verteilt. Ja. Okay. Was macht das? Es gibt mir blaue Farbe. Diese blaue Farbe... ...brauche ich nicht da. Brauche ich da am Ende. Genau. Eine orangene Farbe. Bitte, so. Ja. So, den Cube kann ich ja nicht mitnehmen, ne? Ne. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. So. Zack. Zack. Jawohl. So, ich brauche das Portal da oben, ja. Ja, das macht Sinn, aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach, Moment. Ne, von da aus kann ich nicht, okay? Ne, von da hinten aus kann ich nicht schießen. So, ich muss da aber durchfliegen eigentlich und dann da durchfliegen. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich wieder zurückkommen würde. Ohne zu sterben, haha, nice. Ich kann von da aus schießen, alles klar, hat nichts gesagt. Ja, schon fast gut verteilt alles. So ist gut verteilt. Zack. Passt. Gut, dann schieße ich jetzt die Portale von hier aus. Eins nach dort oben und eins nach dort. Und dann kann ich darüber sprinten. Und bin hier. Und jetzt brauche ich nur irgendwie ein Portal da hinten. Moment. Moment. Ähm. Moment. Noch mal kurz zurück. Muss ich vielleicht im Flug? Muss ich vielleicht im Flug? Naja, kommen wir ja nicht hin, oder? Das kriege ich glaube ich nicht geschissen. Ich brauche ja den Cube. Schade. Aber... Ach klar. Moment. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. So. Einmal kurz da, blaue Farbe. Genau. Kann ich nämlich mit dem Cube jetzt hoch springen. Ja. Okay. Alles klar. Ja. Jetzt müsste ich nur noch da rüber wieder kommen. Shit. Weil jetzt muss ich ja das Portal da hinten schießen. Ah kacke. Haha. Obwohl nein. Ich komme auch von hier an. Mit den richtigen Zielen. Ja gut. Oh. Der Main. Der Main. Muss ich nur... Oh. Nice. Okay. Alright. Hold up a second. Mel. I don't think you're that stupid that you're going to fall for this anymore. I'll be blunt now. I'm not Kate Johnson. This isn't the 1950s. Everyone you knew and loved is dead. And now you're stuck here in aperture science. Done with the trash. Like me. After everyone left because of that boat. Which I'm sure you already knew. But eh. Whatever. However. I can get us out of here. If you're willing to let a voice in the sky who just told you he was lying the entire time he was talking to you control nearly every movement you make. Is that okay? I... I... I'll just take your silence as I... Yes. Oh right. You can't answer me. Uh... Just... Do what I say and you'll be fine. Okay? Okay. Okay. Okay, Leute. Es sind also nicht die 90er, äh 1950er. Alles klar. Okay. Gut. Aber den nächsten Chains packen wir heute nicht mehr in diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein und tüdelü.